So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas und wir machen gleich die nächste Bergstadt Mission. Respekt, ha, das ist richtig. Ja, ich habe mir gedacht, ich habe mir neue Land bekommen. So, wird mir geschrieben, gesagt, whatever. Das machen wir jetzt einfach mal. Dazu nehmen wir hier diese große Maschine und fahren einfach drüber. Aber aufpassen, das sind rote Fässer. Die machen irgendwie Boom, wenn man dagegen fährt. Und dann fliegen CJ's Eier durch die Luft und das wollen wir ja nicht. Die laufen mir schon hinterher, ich fahre sie einfach platt. Die haben ja immerhin seine, meine, also die Schwester beleidigt. Geht überhaupt nicht, Mann. Nix geht über meine Familie. Oh, er hat auch einen Bulldozer. Mein Gott, bist du jetzt cool oder was? Leckt mich doch. So, da hinten wäre noch einer. Da steht wieder das Auto davor, Mann. Wer parkt denn hier so behindert ein? Zack. Hätten wir das auch? Was ist all diese verdammte Klappe? Holy crap, ich habe nichts gesehen. Ja, geh wieder aufs Klo, Mann. So, jetzt kommt ein Albtraum für jeden Kerl, der seine Ruhe beim Kacken haben will, Mann. Ähm, ich schiebe den jetzt da einfach in die Grube mit der vollgeschissenen, ähm, mit dem vollgeschissenen Dixi-Klo. Und das ist ja mal wirklich zu heftig, Mann. Ich glaube, das kann man auch eigentlich mit dem Kran machen, aber ich mache es jetzt einfach mit dem Bulldozer. Oh Gott, ah, ich gehe wieder aufs Klo! So. Jetzt nur noch... ...die Grube mit Zement füllen. Ganz einfach, Mann. Ja, ja. Wenigstens hat er sich nochmal richtig schön ausgeschissen. Bevor er sterben musste. Ich bin noch in Position. Komm schon. Jetzt. Ja, das ist ein harter Stuhlgang. Ho, ho, ho. Oh mein Gott, bin ich heute wieder unlustig. Mann, krass. Egal. Schöne graue Suppe. Es bleibt aber nicht lang, ne Suppe. Apropos Suppe, ich hab Hunger, Mann. Verdammt. Ich muss was essen. So. Also, bis zum... Ja, egal. Bis zum nächsten Video.